Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir kümmern uns gleich um den AT-ST, aber wir haben zwei Skill-Points, die wir ausgeben können. Ja, das machen wir jetzt lieber bevor wir sterben. Skill-Free und zwar wollten wir, ich glaube Repulse, oder ne, was wollten wir? Hier, das hier, wollten wir Burst-Slow. Ja, alle gehen. So, und jetzt der AT-ST. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir ihn besiegen sollen. Okay. Das war's für heute. Ich habe das Team selber einen Schaden. 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 wer schießt jetzt du warst direkt alles klar der pilot quasi noch gut dann geht es gleich weiter nach kashik wenn wir hier die brücke noch runter haben ich glaube da gibt es ja vollständigkeit halber machen wir das genau wir werden dann nach kashik gehen können auch noch nach da von mir ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher was das bringt oder ob das überhaupt irgendwas bringt erst nach da von mir zu gehen die sehen uns alle nicht einfach die brücke da vorne kommt eine Rakete wir probieren jetzt mal das war es schon ach, jetzt komm ich da ist sogar echt tatsächlich noch die Piste die Ich liebe Heibern. Gut, dann zum Schiff. Das war hier, ne? Ich werde hier jetzt nicht speichern, sonst kommt der ATS hier vielleicht wieder. Deswegen gehen wir einfach an dort. Genau. Das war's. Hey, you got some real moves on ya. Just tell me that this visit wasn't for nothin'. I found the tomb of the Zeffo Sage. They definitely used the Force. An advanced civilization of Force-wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zeffo journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarfal. Maybe we can find him. Kashyyyk? Look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. Tell me better get ready for a fight. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. But... Rather not talk about it. Yeah, well... I understand. More than you realize. Well, why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started... And our... Clone troops turned against us... My Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But... We didn't last long. Imperial patrol was about to discover our location. So... I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings. But... They... Caught me. And they... Tortured me. They wanted to know about the others and... And... How many were left. But... Mostly they wanted to know about... Cordova. And where he went. But you escaped. Yeah. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. But that's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us... Be for nothing. Do we see somewhere what our goal is? Cordova had supplies hidden all over Pagano. Could be worth the trip back to explore. They will see more... ... And... It's a deal... I can't... It's... 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 It's a deal... It's... It's... Wir machen erstmal Kashyyyk und dann erstmal Kashyyyk und dann können wir nochmal zurückgehen. Wir haben jetzt so lange Pisten gesucht und Seekrits gefunden und alles. Genau und falls sie dann zu schwer ist oder so, dann können wir es ja immer noch verbessern. Mit den Sachen auf einem anderen Planeten, aber ich glaube das wird gar nicht der Preis sein. Ich brauche nicht noch ein paar Hände, bitte bitte auf den Scanner, bitte. Alles klar, alles klar. Ich sehe nichts. Wir sind auf dem Boden beschäftigt. Wir sind klar. Wohl, damit die Story mindestens ein Fogang'r. Das ist nicht gut. The Empire is devouring Kashyyyk for its natural resources. Wookies have been enslaved. Or displaced. That was a close one, kid! Aren't you supposed to be watching the monitors? Guerrilla fighters. Wookies and off-rolders embushing an Imperial convoy. Walkers approaching their position. Tarpel could be with them. Tarpel could be anywhere. Like, deep in the ground like we're gonna be if we get caught up in that battle down air. We don't have any other options. And they'll die without our help. So what's your plan? Sabotage. We used to scrap walkers on Baraka. I'll just jack one. Get a load of the kit. He thinks we're back in the Clone Wars. Captain, get us near those walkers. Wait, what? But listen. Those walkers double as troop transports. So once you get inside, be careful. Time for no freeze grease to work his magic. Hey. Do me a favor. Stay alive down there? I'll add it to the plan. All right, if you're jumping, you better do it now, kid. You ready for a swim, BD? Woohoo! All right. Ach so, einen großen walker. Oh, holy shit. Hier, das war schon krass. Wir müssen wahrscheinlich hochklettern, ne? Den Strip hier. Mein zweiter noch sieht so aus. Hier ist die Luke, ne? Ach, da oben ist auch noch einer, den müssen wir natürlich erst loswerden. Die Luke fest. Let's finish this. Thanks, BD. Spive to the top. Spive to the top. Spive to the top. You don't get just one of them. Wenn wir nicht einfach... Ähm... und die Kanonen gegangen sind. Das ist es. Es ist jetzt alles vorbei. Wir sehen ein neues Schiff auf den Scanners. Sie hat mehr Feuerkraft als wir dachten. Wie sieht unser Hull? Schmerztlich. Wir haben 70% Integrität und fallen. Das sollte noch genug sein, um diese Insurgent zu stoppen. Das funktioniert. Okay. Throttel. Report. Was ist passiert? Ihr in violation... Can I shut that guy up? Stand down or we won't... Let's do this. So those are the blasters. Whoops. Hey! Who are you? Someone just brought Natat to the table. Who are you? Someone making the Empire angry. We're advancing on an imp landing pad up ahead. With my Empire support. Copy that. Let's make him even angrier. Oh nice. Who are you? Who are you? Who are you? So nice. So cool. So cool. It's not easy for us to record the ultimation. You gotta find him out, man. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Sorry, die Detailfighter aufzustören. Ja. Ah. Ach nee, das gehört zu uns. Oder? Nee, das schießt auf uns. Ja, also. So ein Ding zu fahren, glaube ich, ist nicht so toll. Ja, ich bin okay. Du okay? Nein, wir werden das nicht wiederholen. Du warst ein guter Geist. Hast du ein Name? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Looking für jemanden. Was machst du hier? Meine Freunde und ich kamen zu Kashyyyk um zu verabschiedern. Hey! Was machst du hier? Ein Wookiee-Chieftain namens Tarfel. Tarfel ist nicht möglich zu finden. Es ist eine Grunde, dass er das Empires für so lange ist. Er ist ein Freidemfighter? Er ist THE Freidemfighter. Ein Symbol der Wookiee-Resistenz. Er hat den Empires aus der Shadowlands. Seer? Greese? Das ist Saw. Wie geht's? Was willst du mit Tarfel? Jedi-Business. Jedi-Dead? Nicht alle. Er hat das aus dem Korps? Der Master hat es mir. Dieser PAD unterstützt eine Empires-Refinierie die läuft auf Wookiee-Slave-Labor. Intel suggerichtet, dass einige der Kapitern dort sind Guerrilla-Fighters. Ich sollte sie helfen. Ein von ihnen wissen, wie zu kontaktieren Tarfel. Das ist möglich. Oh, wait a minute. Hold on, wait a minute. The Manish works wonders. I mean, it's a great ship. Excellent pilot. But it is not built for closed support. We'll stay here and monitor Imperial transmissions. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. My Lieutenants and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go! Go! Neuer Skillpoint. Neuer Skillpoint. Heard Saw is hoping to find some news of Tarfel at the refinery. A report came in this morning that he's been seen in the shadow labs. Das geht in die andere Richtung, aber vielleicht sind hier Kissen. Ja, da ist eine, hab ich mir gedacht. Sundry Dawn. Festin. Hier, das Grüne. Okay. Wir lassen es mich. Wir lassen es mich. Ich kann es noch machen. Da ist auch noch eine. Rainforest, new Poncho. Komm. Komm. Ja, Reinfeld. Ja, das Bust-Off-Card. ich muss noch ein zwei sachen erledigen leider deswegen würde ich sagen wir machen der nächsten folge weiter weil dafür muss die erst speichern ja dann fahren wir noch ein paar minuten weiter ich nehme an hier geht es lang hier schlosser be at the other end of this trench Looks like a technician's bench. Ah, das geht wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Okay. Ja, die gehen ja immer in die eine Richtung. Seilbahn hier. Hier brauchen wir Strom, ne? Ja. Na gut, dann... Oh, gut, 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 gut. Okay, 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 okay. 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 Okay.